willkommen zu einem neuen video von mir anlässlich meinem geburtstag habe ich auch neue produkte für meine salban bekommen in diesem video seht ihr meine neuen vier drei die langen die ich zu meinem geburtstag bekommen habe einmal eine blaue und zweimal eine rotelie lang und ich montiere sie mal auf meiner bahn und dann sehen wir uns wieder hier seht ihr nun meine neue sessel im betrieb ich habe mich für die blauen und den roten und die roten entschieden weil ich dieses grau irgendwie nicht mochte insgesamt haben mich diese drei sessel ungefähr 100 euro gekostet fallen hart schaltet unbedingt auch beim zweiten fall meiner geburtstag serie ein